Schoko, du bist noch mal wie zum Tunnel gekommen. Das hatten wir vorhin noch mal völlig vergessen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, bin rein und war ich drin. Ne Quatsch. Bin einfach mal öfters zu Georg Reuer gegangen, zum Chef. Niemand war schon vollgequatscht und DJ und möchte gerne mal auflegen und so. Irgendwann hat es ja auch gefunkt und das hat dann auch geklappt. War gut, hat ihm wohl gefallen und jetzt bin ich im Tunnel drin. 1. 2. Lose die Tunnel! Lose die Anzeige! Lose die Tunnel! 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 Dann hab ich die Tür aufgemacht, bin rein und war ich drin. Ne Quatsch, also bin einfach mal öfters zu Georg Reuer gegangen, zum Chef so. Immer mit dem Folgequatsch. Mein DJ möchte gerne mal auflegen. Hat ihm wohl gefallen und jetzt bin ich im Grunde drin. Profesor, die Tunnel! Also erstmal eine Maxi geplant, so vorab. Ja, die ist geplant. Kannst du da schon was zu sagen, wann die rauskommt, wie der Arbeitszimmel so viel die überhaupt heißen soll? Das ist glaube ich Tunnel Records 20. Ja, wird auf Tunnel dann erscheinen? Wann, weiß ich noch nicht. Das ist russisch. Profesor. EnergeteilUNG Ja, wird auf Tunnel dann erscheinen? Wann, weiß ich noch nicht. Das ist ja los! Bruce, 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 das ist ja los!